Oh Mann, du machst mich echt krank. Danke. Wenn ich esse, möchte ich kotzen. Wenn ich nichts esse, kriege ich schlechte Laune. Wenn ich schlafe, kriege ich Anträume. Wenn ich nicht schlafe, werde ich depressiv. Ich bin wie gelähmt. Ich sitze nur da und denke über jedes Wort nach. Aber das macht mich bloß noch kränker. Ach komm, wie alt bist du? 22, 23? Ich bin 25. Da hängt man doch noch so ab, oder? Ja, die ganze Zeit. Ist doch bei dir nicht anders, oder? Das kann ich mir total gut vorstellen. Es bleibt einfach alles so. Überhaupt nicht. Ich sehe das nicht so. Im Gegenteil, das wird immer mehr. Wird einfach immer mehr. Geht viel weiter, weißt du? Man muss es machen. Einfach machen. Sonst funktioniert es nicht. Zumindest bei mir ist es so. Sag mal, hast du was zum Anziehen? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Schatten. Who are you talking about, you two? Just, just the kid we met. Das war's. Das war's.